Training hat ja immer auch damit zu tun, dass man nicht nur belastet, sondern auch entsprechend Erholungspausen gibt. Wenn ich jetzt irgendwas mache, Erledigtraining, Sprints oder auch mit mit Gewichten, Terrabändern und so weiter. Gibt es da so eine Faustregel? Wie viel Belastung, wie viel Erholung? Faustregel gibt es nicht. Viel auch Gefühlssache, aber sehr abhängig davon, was ich gerade trainieren möchte, ist es schon wichtig, die richtige Pause zu geben. Da sind wir wieder bei dem Unterschied zu Springen und Sprints. Wenn ich einen vollen Sprint machen will, muss ich auch voll erholt sein. Das heißt, die Pause muss sehr lange sein, also deutlich, deutlich länger als die Belastungszeit. Wenn ich Chorübungen mache, muss ich gar keine Pause machen, weil der Muskel ist so kräftig und da sind so viele Muskeln und so große Muskeln, die kann die Durchgänge trainieren, da ist überhaupt keine Pause notwendig. Also wenn ich jetzt irgendwas mache für den Chor und ich mache Bauchübungen im Wechsel mit seitlichen Bauchmuskeln und Rückenübungen, dann muss ich keine Pause machen, weil da wechselt sich halt die Leistung ab. Das ist überhaupt kein Stress. Wenn ich jetzt das Ziel habe, dass man Start, Schnelligkeit trainieren beim Wegsprinten, dann dürfte ich nicht zu viele Wiederholungen und mit nicht zu kurzer Pause machen, weil sonst ist einfach der Muskel leer und kann dann nicht voll los sprinten, obwohl ich es gerne hätte. Wenn man sonst Übungen mit Partner macht und wenn der Partner die Übung macht, habe ich so ein bisschen Pause. Ist das schon ein gutes Mittel? Das ist oft nicht schlecht und selbst da würde ich sagen, das ist nur immer Zeitverschwendung, weil der eine ja nichts macht. Wenn ich jetzt irgendjemanden braucht, der dem Partner hilft bei Übungen, dann in Ordnung, aber sonst soll der andere halt irgendwas machen, was Sinn ergibt. Ich habe mit meinem Bruder beim Beachvolleyball Athletiktraining sehr, sehr viel in der Richtung gearbeitet und wir haben ein bisschen so den Plan gehabt, wir machen immer was Koordinatives im Wechsel mit Schnelligkeitsübungen. Also macht er seine sechs Sprints und in der Pause, die er danach hat, macht er irgendwas mit Ball koordinativ. Das kann gegen die Wand einarmig oder Baggern oder Ähnliches sein und dann macht er den nächsten Einsatz wieder mit seinen Sprints. Mit einer großen Gruppe an Sportlern schwierig, den genauen Überblick zu haben etc., aber ich würde ihnen nie verbieten, irgendwo mit dem Ball was zu machen in ihren Pausen, sofern man es irgendwie organisiert kriegt, dass dann nicht die Bälle überall dort reinfallen, wo gerade Übung gemacht wird. Aber ja, beim Athletiktraining ist oft das Problem, wir haben nicht genug Material für alle. Wenn ich es dann in Gruppen teilen kann, dann kann ich vier irgendwie mit Volleyball beschäftigen und vier andere mit einer athletischen Übung und kann das durchrotieren. Und dann haben sie in der Pause von dem einen das andere und wir sparen uns eine ganze Menge Zeit.